Bei mir im Studio ist unser Militärexperte Guido Schmidke. Guido, das ist doch ein Desaster. Erst die Puma-Geschichte mit dem angeblich modernsten Schützenpanzer der Welt, jetzt von den Panzerhaubitzen. Wir haben 105 in den Bundeswehrbeständen, 36 sind davon nicht einsatzbereit. Also warum kommt die Bundeswehr nicht voran? Warum ist das ganze Material im Prinzip zum Teil eigentlich nur noch Schrott? Ja, kaputt gespart. Und so ähnlich oder teilweise noch viel schlechter sieht es bei einer ganzen Reihe von Waffensystemen, der Bundeswehr aus. Warum? Wir müssen da unterschiedliche Zahlen uns angucken. Die eine Zahl ist der Bestand. Also bei der Panzerhaubitze sollen das 105 sein, die die Bundeswehr im Bestand hat. Dann gibt es den sogenannten Klarstand. Das sind die Panzerhaubitzen, die praktisch morgens als einsatzbereit gemeldet werden. Das bedeutet aber nicht, dass die dann wirklich auf der Platte stehen, wie man so schön bei der Bundeswehr sagt. Also wirklich zur Ausbildung oder auch in den Einsatz, zum Beispiel für NATO-Verpflichtungen, dann auch rausgeschickt werden können. Denn ein Teil dieser Panzerhaubitzen befindet sich in der internen Instandsetzung. Das heißt in den Einheiten, wo sie betrieben werden. Und ein weiterer Teil befindet sich bei der Industrie in der Instandsetzung. Und so sind dann längst nicht alle Panzerhaubitzen, die im Bestand sind, auch wirklich einsatzbereit. Das ist aber eines der modernsten Artilleriesysteme der Welt. Hochmobil und der Ukraine-Krieg zeigt gerade, wie wichtig solch eine präzise, weitreichende Artillerie ist. 56 Kilometer Entfernung kann die Panzerhaubitze 2000 wirken mit unterschiedlichen Munitionssystemen. Und sicherlich spielt auch die Tatsache eine Rolle, dass man ja elf Panzerhaubitzen an die Ukraine abgegeben hat. Und die Panzerhaubitzen natürlich auch in Stand gesetzt werden müssen. Und da gab es vor nicht allzu langer Zeit Berichte, dass die Bundeswehr versäumt hat, dafür Ersatzteilpakete zu beschaffen. Jetzt stellt sich die Frage, ob man möglicherweise von deutschen Einheiten Ersatzteilpakete nehmen musste, um die in die Slowakei beziehungsweise nach Litauen zu bringen. Dort, wo die Panzerhaubitzen, die die Ukrainer im Einsatz in der Ukraine gegen die russischen Streitkräfte verwenden, dann auch wieder flott gemacht werden können. Also das ist jetzt kein Einzelfall. Bei einigen Waffensystemen, wie zum Beispiel dem Kampfhubschrauber Tiger oder dem NH90, sieht es teilweise noch viel schlimmer aus, was den Klarstand pro Tag betrifft. Die Bundeswehr tatsächlich in einem bedenklichen Zustand. Gido, danke für deine Einladung. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken. Und wenn ihr auf der Suche seid, dann könnt ihr euch auf der Suche seid, dann könnt ihr euch auf der Suche seid.